In der neuen Welt sind alle glücklich. In der neuen Welt stirbt niemand an anderen. In der neuen Welt tötet niemand aus eigenes Leben. Alles, was du dir wünscht, ist in der neuen Welt. Was ist das? Nur ein paar persönliche Informationen. Persönliche Informationen? Oder ich gebe ihnen einfach meinen Vornamen und meine Handynummer? Oder? Suchen wir einfach das Formular aus. Dann brauchen wir nämlich gar nichts anderes mehr, um Sex zu haben. In wenigen Augenblicken öffnen wir die Tore unseres Parks. Dann werden alle Besucher in speziell entwickelte, immersive und interaktive Welten eintauchen können. Gehört Lügen auch zu eurem Eugenhutmus? Ich hab doch nicht gelobt. Du sagst doch nie die Wahrheit. Hier baue ich die ewige Ruhstadt mir und schüttle von dem lebensmüden Leib das Joch feindseliger Gestirne.